Der ist irregeleitet und für den wirst du niemanden finden, der ihn recht leiten kann. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Und bitte Allah darum, für mich und euch, dass dieses Glaubensbekenntnis auf die beste Art und Weise umgesetzt wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen erschaffen, indem sie ihm dienen. Und damit wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen können, müssen wir wissen, wie wir zu ihm gelangen können. Und deswegen haben wir das Thema Aqida ausgewählt, da die Aqida der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und die Aqida, werden wir sehen, ist das Wichtigste an einem Muslim, denn wenn er ein gesundes Herz hat, hat er auch gesunde Taten und gesunde Aussagen. Und all dies gehört zur Aqida dazu. Die Aqida, liebe Geschwister, auch wenn wir sie manchmal übersetzen mit Glaubensinhalten oder Glaubenslehre, wir werden sehr schnell feststellen, dass sie eben nicht nur mit dem Glauben zusammenhängt. Weil wir im Islam ein anderes Verständnis vom, in Anführungsstrichen, Glauben haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gesandten entsandt, nicht nur, damit er uns zeigt, wie wir ihn anzubeten haben, sondern auch, wie wir ihn anzubeten haben, Entschuldigung, nicht nur, dass wir ihn anzubeten haben, sondern auch, dass wir ihn als den einen und einzigen Gott anzubeten haben. Und das Herz, oder Entschuldigung, die Ibadah, kann erst gesund sein oder allgemein deine Dienerschaft oder dein Sklave sein, dein Diener sein, kann erst gesund sein, wenn du das, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dir gegeben hat, auf die Art und Weise umsetzt, wie er es von dir verlangt hat. Und dieses, sozusagen, Medikament, um eine gesunde Aqida zu haben, besteht aus sechs Bestandteilen. Dieses Medikament ist zusammengesetzt aus sechs verschiedenen Materialien. Der erste Punkt ist, dass Allah, azza wa jall, ihm alleine gedient wird und niemandem anderes. Der zweite Bestandteil dieses Medikamentes ist, dass man Allah, azza wa jall, auf die Art und Weise anbetet oder ihm dient, wie er es befohlen hat und wie er es gesetzlich gemacht hat. Das heißt also, auf die vorgegebene Art und Weise. Der dritte Bestandteil dieses Medikamentes, oder besser gesagt, derjenige Teil, der sich in diesem Medikament nicht befinden darf, ist, dass man Allah, subhanahu wa ta'ala, anbetet, gemäß den eigenen Wünschen, wie man es selbst gerne hätte. Und viertens, dass man Allah, subhanahu wa ta'ala, nicht anbetet, auf die Art, wie manche Menschen es denken, dass es in Ordnung wäre. Das heißt, gemäß der Vorstellung mancher Menschen. Fünftens, dass du, wenn du Allah, subhanahu wa ta'ala, einen Dienst erweisen willst, dass du ihn darum um Hilfe bittest. Und sechstens, dass man sich nicht auf sich selbst verlässt und auf die eigene Kraft, sondern auf Allah, subhanahu wa ta'ala, denn wir sagen, ja, es gibt keine Zustandsänderung und keine Kraft außer durch Allah. Wenn man diese sechs Komponenten berücksichtigt oder diese sechs Voraussetzungen erfüllt, dann hat der Mensch eine gesunde Dienerschaft. Dann ist er ein wahrer Diener Allah, subhanahu wa ta'ala. Er ist dann kein Diener von Menschen, er ist kein Diener von seinen eigenen Gelüsten und anderen Dingen. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, hat diese sechs Komponenten in einer Ayah zusammengefasst, in Surat al-Fatihah, in der er sagte, iyyyaka na'budu wa iyyyaka nasta'in. Das heißt, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Als würde uns Allah, azzawajal, in dieser Ayah sagen, oder als würden wir zu Allah, subhanahu wa ta'ala sagen, O Allah, wir möchten deine Zufriedenheit erlangen auf die Art und Weise, wie du es gerne hättest. Und wenn wir Allah, subhanahu wa ta'ala, oder wenn wir diese Ayah verinnerlichen, iyyyaka na'budu wa iyyyaka nasta'in, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Das erste Wort, haben wir gesagt, ist dich oder dir. Dir allein dienen wir. Diese Voranstellung des Wortes dir weist darauf hin, sowohl im Arabischen als auch im Deutschen, wenn man sagt, dir diene ich. Das heißt, dir allein diene ich und sonst niemandem anderes. Das heißt, die Dienerschaft ist auf Allah, subhanahu wa ta'ala, alleine beschränkt. Und bei weiterer Verinnerlichung sieht man, dass das Wissen der Dienerschaft vorausgeht. Oder besser gesagt, bevor man Allah, subhanahu wa ta'ala, anbetet, muss man ihn, Allah, subhanahu wa ta'ala, kennenlernen. Und iyyaka nasta'in, dich allein bitten wir um Hilfe. Daraus ergibt sich, dass der Diener, Allah, subhanahu wa ta'ala, sich anständig Allah, subhanahu wa ta'ala, gegenüber verhält und sich ihm gegenüber benimmt. Und die Kenntnis Allah, subhanahu wa ta'ala, das heißt, dass man Allah, azu wa jalla, kennt, daraus ergibt sich die Ehrfurcht im Herzen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu Das heißt, ich schwöre bei Allah, ich bin von euch der Ehrfürchtigste Allah gegenüber und der, der sich vor ihm am meisten vorsieht. Und diese Dienerschaft, daraus ergibt sich ebenfalls, das, oder Entschuldigung, aus dem Kennen Allah, subhanahu wa ta'ala, ergibt sich die Liebe gegen ihn gegenüber und auch die Hoffnung auf seine Zufriedenheit und seine Belohnung. Und daraus ergibt sich auch das Gottvertrauen und auch die Zuwendung zu Allah, subhanahu wa ta'ala, auf Arabisch inaba. Und dass man ihn um Hilfe bittet und aus der Erkenntnis um Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ergibt sich auch deine Verherrlichung Allahs gegenüber und deine Ehrfurcht, die du ihm gegenüber empfindest. Und all dies, liebe Geschwister, weist darauf hin, dass unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der Ehrfürchtigste war und der sich vor Allah, sallallahu alaihi wa sallam, am meisten vorgesehen hat. Warum? Weil er Allah, subhanahu wa ta'ala, am besten gekannt hat. Und so bitten wir Allah, subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Dienerschaft, wie wir sie jetzt verstanden haben und kennengelernt haben, auf die beste Art und Weise umsetzen. Hier sehen wir, liebe Geschwister, sehr deutlich, diese ganzen Eigenschaften, die ich gerade eben aufgezählt habe, weisen darauf hin, dass die Akida eben nicht etwas ist, an die man nur zu glauben hat, sondern es ist eine Sache, die sich sehr deutlich in deinen Aussagen und deinen Taten widerspiegelt. Die Akida, liebe Geschwister, ist eine Ni'ma von Allah, subhanahu wa ta'ala. Denn der Mensch, wenn er die Akida nicht kennt, dann stellt er sich bestimmte Fragen. Und das sind Fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, die du vielleicht für dich persönlich schon lange beantwortet hast. Aber ich möchte noch einmal daran erinnern, weil daran erkennt man, dass man Allah dankbar gegenüber sein muss. Denn Menschen, die die Akida nicht kennen, die nicht wissen, was die Wirklichkeit ist, sie stellen sich bestimmte Fragen. Und das sind die sogenannten fundamentalen Fragen, die sicherlich jeder Mensch sich im Leben einmal mindestens gestellt hat. Die erste Frage ist, woher komme ich? Und die weitere Frage ist, wo gehe ich hin? Was wird mit mir passieren nach diesem Leben? Solche Menschen, sie haben eigentlich alles verloren. Sie haben sogar ihre eigene Identität verloren. Sie wissen nicht, wer sie wirklich sind. und sie fragen sich, wer bin ich? Warum bin ich überhaupt hier? Und was mache ich überhaupt hier in dieser Welt? Und die Akida, sie beantwortet diese Fragen alle auf überzeugende Art und Weise, denn sie kommt vom Herrn der Welten, subhanahu wa ta'ala, selbst. Und so sagt Allah, in Surat al-Baqarah, im 21. Vers, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch erschaffen hat, und diejenigen, die vor euch waren, auf das ihr gottesfürchtig werden möget, oder auf das ihr euch vorsehen möget. Es gibt keine Akida, wenn ich jetzt einfach der Einfachheit halber sage, Glaubenslehre, es gibt keine Akida, die so, oder keine authentische Akida, gesunde Akida, auf der gesamten Erde, außer der islamischen Akida. Warum? Weil diese Religion des Islam diejenige ist, die Allah, subhanahu wa ta'ala, bewahrt hat. Und er hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, subhanahu wa ta'ala, diese Religion zu bewahren. Er sagt in Surat al-Hijr, im neunten Vers, inna nahnu nazzeln al-dhikra, wa inna lahu la-hafizun. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Ermahnung herabgesandt haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Und die Ermahnung ist der Quran, al-Karim, und das, was dazu gehört, nämlich die Sunna des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Alle anderen Glaubenslehren, auf Arabisch Akida oder Akkaid, jetzt einfach halbherber gesagt, auch wenn sie ein Funken an Wahrheit haben, oder viele Funken an Wahrheit haben, so repräsentieren sie allerdings nicht die Wahrheit an sich. Und deswegen, wenn jemand die Wahrheit kennenlernen möchte, dann wird er sie nur in den folgenden Quellen des Islam wiederfinden, und zwar im Quran, al-Karim, und in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ohne diese Akida, die Allah und sein Prophet uns gelehrt haben, ist der Mensch wie ein Verlorener in der Wüste. Er weiß nicht, wer er selbst ist, und er weiß auch gar nicht, warum es ihn gibt, und bei manchen Menschen geht es sogar so weit, dass sie sogar zweifeln, ob sie überhaupt existieren. Und diese Akida, die islamische Akida, sie ist diejenige, die alle Fragen beantwortet, die ein Mensch wissen muss, um in diesem Leben zufrieden zu sein, und noch mehr als dies. Fragen wie zum Beispiel, woher kommt dieses Universum her? Wer hat es erschaffen? Was sind die Eigenschaften desjenigen, der es erschaffen hat? Was sind seine Namen? Wie heißt er? Und warum hat er uns erschaffen? Und wieso hat er dieses Universum überhaupt erschaffen? Und was ist unsere Aufgabe in diesem Universum? Und wichtig, was ist unser Verhältnis zu diesem Schöpfer, der uns erschaffen hat? Und gibt es vielleicht andere Welten außer der Welt, die wir sehen können? Gibt es vielleicht Welten, die wir nicht sehen können? Und was ist mit der Zeit nach diesem Leben, wenn wir bereits gestorben sind? Gibt es dann eine Phase danach, oder ist danach alles vorbei? Und wenn es eine Phase nach diesem Leben gibt, wie wird dieses Leben nach dem Tod aussehen? Solche Fragen stellen sich diejenigen Menschen, die verwirrt sind, die verloren sind, die ihre eigene Identität nicht kennen und der Islam, er ist derjenige, der diese Fragen beantwortet. Und es gibt ein Beispiel aus einem Gedicht, in dem ein Mensch sich genau diese Fragen gestellt hat. Natürlich im Arabischen ist es in der Gedichtform, aber übersetzt in der deutschen Sprache heißt es ungefähr wie folgt. Und das sind Gedanken von Menschen, die tatsächlich keine Antwort gefunden haben. Und das ist nicht etwas Erfundenes, sondern Menschen, die eigentlich so sind wie du und ich, aber sie haben die islamische Aqida nicht. Oder sie haben eine andere Aqida, aber eine falsche. Und deswegen können sie auch viele dieser Fragen nicht beantworten. Einer von ihnen sagte, der heißt Ilya Abu Mardi, ich kam, keine Ahnung woher, aber ich kam. Ich sah vor mir einen Weg und ging diesen voran. So gehe ich nun weiter, ob ich will oder nicht. Wie bin ich hierher gekommen? Wie erkannte ich meinen Weg? Ich weiß es nicht. Bin ich erst seit kurzem hier oder schon lange in diesem Dasein? Bin ich frei oder gefangen in Ketten? Führe ich selbst mein Leben oder werde ich geführt? Ich wünschte, ich würde es wissen, doch ich bin ahnungslos. Und mein Weg, was ist mein Weg? Ist er lang oder kurz? Steige ich in ihn hinauf oder steige ich hinab und versinke? Bin ich ein Wanderer auf dem Weg oder ist es der Weg selbst, der sich fortbewegt? Oder verharren wir beide und es ist die Zeit, die verrinnt? Ich weiß es nicht. Natürlich stecken da viele philosophische Gedankenansätze in diesem Gedicht drin, auf die wir natürlich nicht im Weiteren eingehen wollen, aber es ist sozusagen der Hilfe Beruf eines Verzweiflers, der nicht weiß, warum er da ist und wofür er da ist. Die Leute des Tauhid, auf Ahl des Tauhid und mit Tauhid meinen wir grob gesagt der islamische Eingottglaube, der islamische Monotheismus und die Leute des Tauhid, das heißt diejenigen, die diesen Tauhid umgesetzt haben, sie kennen den Weg zu Allah, sie kennen den Weg zu dem einen Gott und Schöpfer und deswegen möchten wir als Muslime und das ist unsere Aufgabe, diese Aqida an die Menschen bringen und diese Aqida ist Alhamdulillah eine einfache Aqida, sie ist keine komplizierte. Das Ziel was wir haben unter anderem nach der Zufriedenheit Allah ist, dass ein Nicht-Muslim versteht, was die Wahrheit ist und dass ein Muslim diese Wahrheit, vielleicht hat er Lücken in seinem Verständnis, dass er sie auffüllt und dass er sie umsetzt, warum? Damit er versteht, liebe Geschwister, dass die Aqida eben nicht nur eine Sache des Herzens ist. In diesem Leben, in Ad-Dunya, in dieser Welt, Ad-Dunya heißt übrigens, kommt vom arabischen Wort Dani, das heißt niederwertig oder minderwertig. Und dieser minderwertigen Welt, in der wir uns befinden, im Vergleich zu der Welt, die auf uns wartet, gibt es ein Paradies, genauso wie es im Jenseits ein Paradies gibt. Und derjenige Mensch, der in diesem Leben das Paradies genießt, er wird auch derjenige sein, der im nächsten Leben das Paradies genießen wird. Das Paradies in diesem Leben, liebe Geschwister, ist die Kenntnis Allahs subhanahu wa ta'ala. und die Liebe und dass man sich nach ihm sehnt und nach seinem Antreffen am Tag der Auferstehung, dass man sich vor ihm mit Wissen fürchtet, dass er fürchtig ist, aufgrund dessen, was man über ihn weiß, subhanahu wa ta'ala, und dass man gottgefällig lebt und seine Anordnungen umsetzt. Das ist das Paradies in diesem Leben. Wer dieses Paradies nicht schmeckt, der wird auch das Paradies im nächsten Leben nicht schmecken. Und das Wissen, besser gesagt, das nützliche Wissen, ist das, was uns auf dieses Paradies in diesem Leben hinweisen wird. Auf diesem, oder das, der Weg zu diesem Paradiesgarten in diesem Leben ist die richtige Umsetzung der Islam der Islamischen Aqida. Und zwar das umzusetzen, was auch die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen umgesetzt haben. Durch eine gesunde Aqida daraus ergeben sich auch die rechtschaffenen Taten. Ohne einer gesunden Aqida kann es keine rechtschaffenen Taten geben. Es ist unmöglich. Der Schlüssel zu dieser gesunden Aqida oder der Schlüssel zu der rechtschaffenen Tat ist, dass man erst einmal Allah kennenlernt. Warum habe ich extra gesagt, dass man Allah so kennenlernen muss, wie die uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen es gemacht haben? Denn Allah sagt im Koran Al-Karim am Ende von Surat As-Safat in den letzten drei Versen Das bedeutet auf Deutsch übersetzt ungefähr Preis sei deinem Herrn dem Herrn der Macht erhaben ist er über das was sie ihm zuschreiben und der Friede sei auf den Gesandten und alles lobt wird wird Allah dem Herrn der Welt und gerade diese erste Ayah von diesen drei Ayah weist deutlich darauf hin ich lese sie noch einmal vor Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yassifun Chais sei deinem Herrn dem Herrn der Macht erhaben ist er über das was sie ihm zuschreiben und diese Ayah weist deutlich darauf hin dass wir Allah eben genau nur so beschreiben dürfen wie er sich selbst beschrieben hat oder die Gesandten auf ihnen auf denen der Frieden sei von Allah Subhan und das ist übrigens auch der Grund warum wir einen Propheten Namen nennen sagt wir Allah sagt in dieser Ayah Imam Al-Shafi Er sagte Alhamdulillah Al-Ladhi Kama Wassafa Nafsahu Wafauqa Ma Yassifuhu Kalkuhu Er fasst in dieser Aussage zusammen wie wir uns Allah wie wir ihn beschreiben dürfen Er sagte alles Lob gebet Allah der genau so ist wie er sich selbst beschrieben hat wenn man diesen Satz sagt hat man Allah auf die beste Art und Weise gelobt Er sagt alles so wird Allah der genau so ist wie er sich selbst beschrieben hat und über das hinausragt wie die Geschöpfe ihn beschreiben und deswegen gibt es in einem Dua sagen wir öfter Sehngemäß bedeutet das wir sind nicht im Stande dich so zu loben wie es dir zusteht du bist so wie du dich selbst gelobt hast und das weist darauf hin liebe Geschwister dass wenn wir über Allah sprechen was sicherlich das erste Kapitel ist dann müssen wir uns beschränken und berufen beschränken und berufen das heißt wir berufen uns auf was auf das was man im Arabischen As-Sam'iyyat nennt Sam'iyyat kommt vom Arabischen Wort Sam'iyah und Sam'iyah heißt hören wortwörtlich sind es diejenigen Dinge die man hören kann gemeint sind diejenigen Dinge die man nur durch die Überlieferung gewusst haben kann und konkret damit gemeint sind der Koran und die Sunnah des Propheten Muhammad alles andere können wir nicht verwenden um Allah zu beschreiben denn wenn wir das machen dann verfallen wir genau dem dem anderen Menschen verfallen sind und dann passiert uns genau das was dieses lyrische ich gesagt hat in diesem Gedicht was ich vorhin vorgelesen habe der Prophet es kann nicht sein dass er uns beigebracht hat wie wir unseren Notdurft zu verrichten haben und wie wir uns beim Essen und Trinken zu verhalten haben und dann unterlässt er das wofür er eigentlich entsandt worden ist und deswegen liebe Geschwister darf man sich nicht nur Entschuldigung ich habe vorhin gesagt man muss sich berufen auf das was er überliefert hat und auch beschränken das heißt man darf keine anderen Quellen verwenden außer das was der Koran gesagt hat und worauf der Koran und die Sunnah hinweisen der Prophet Muhammad sagte in einem authentischen Hadith Das heißt sinngemäß ich habe euch auf einen klaren Weg zurückgelassen seine Nacht ist wie sein Tag keiner irrt davon ohne vernichtet zu werden noch einmal ich lasse euch auf einen klaren Weg zurück seine Nacht ist wie sein Tag spielt keine Unterricht kein Unterschied ob es Tag oder Nacht ist den Weg kannst du ganz deutlich erkennen keiner irrt davon ab ohne vernichtet zu werden wer von dem Weg abgeht den der Prophet Muhammad dem Menschen vorgezeichnet hat zweifellos wird er der Vernichtung verfallen und er wird niemals das Licht des Paradieses erblicken und er wird niemals zu Allah gelangen niemals denn Allah hat einen Weg vor gezeichnet und deswegen heißt es auch im Koran das heißt leite uns auf den geraden Weg was nur einen geraden Weg gibt und der Prophet und Allah hat auch in Surat darauf hingewiesen dass es viele andere Wege gibt und auch der Prophet Muhammad hat darauf hingewiesen dass es viele andere Wege gibt und wer den Zustand der Menschen verinnerlicht nicht nur den Zustand der Nicht-Muslime sie sind sowieso gehen sehr viele verschiedene Wege aber auch die Muslime sie gehen teilweise unterschiedliche Wege und der einzige wahre Weg ist der den Mohammed uns vorgezeichnet hat ihr seht wie dringend es ist dass man sich Wissen aneignet denn diesen Weg den kann man nur erfahren indem man durch diese Sam'iyyat dadurch belehrt wird das was man wie gesagt haben erfährt das was man überliefert bekommen hat alles andere ist nicht möglich Allah subhanahu wa ta'ala keiner von uns hat gehört wie Allah mit ihm direkt gesprochen hat keiner von uns hat mit Allah hat mit ihm direkt gesprochen sondern alles über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gibt keinen anderen Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen zu hören zu wissen was er von einem will außer durch die Offenbarung durch den Wahid weder durch einen Traum noch durch die Intelligenz noch durch Überlegungen noch durch irgendetwas anderes die Aqida liebe Geschwister mit der wir uns beschäftigen wollen ist aufgebaut wie wir alle wissen auf sechs Säulen und das sind die sogenannten Arkan man nennt sie Arkanul Iman die Arkan des Iman oder man nennt sie Arkanal Aqida die Arkan der Aqida und das Wort Aqida kommt vom Wort Aqada und Aqada ist die Wortwurzel Daraus leiten sich verschiedene Worte im Arabischen ab unter anderem Al-Aqd Al-Aqd bedeutet der Vertrag weil es eine Sache ist die dich bindet mit dem anderen Vertragspartner und Al-Uqda ist sowas wie ein Knoten Min Sherrin Nafasati Fil Uqada ja das heißt wir suchen Zuflucht bei den beim Übel der Knoten an Bläserinnen das Wort Uqad sind die Knoten und hier sehen wir dass die Aqida also eine Sache ist die tief verankert ist im Herzen des Menschen das heißt es ist nicht nur eine Sache an die er irgendwie glaubt sondern sie ist manifestiert und fest gebunden im Herzen der Beweis dafür dass unsere Aqida aus oder der Iman auf sechs ich sage nicht aus besteht sondern auf diesen sechs Säulen aufgebaut ist ist der berühmte Hadith den Imam Muslim uns berichtet hat und der den Hadith über den Propheten Sallallahu aleyhi Sallam berichtet ist Umar Ibn Al-Khattab und zwar ihr kennt alle den berühmten langen Hadith worin folgender Satz vorkommt dass eben Jibril der Engel der Offenbarung er fragt den Gesandten Allah Sallallahu aleyhi Sallam was ist denn Islam und was ist Iman und was ist Ihsan und als er über Iman gefragt hat sagte er es bedeutet dass du an Allah glaubst an seine Engel an seine Bücher an seine Gesandten an den letzten Tag und dass du an die Vorherbestimmung glaubst das Gute und auch an das Schlechte davon sowohl an das Gute als auch an das Schlechte davon und Allah subhanahu ta'ala auch im Koran Al-Karim gibt eine Ayah Glaubensinhalte aufzählt Allah sagte im 285. Vers von Surat Al-Baqarah Der Gesandte glaubt an das was auf ihn herabgesandt worden ist von seinem Herrn und ebenso die Gläubigen Sie alle glauben Allah an seine Engel an seine Bücher und seine Gesandten Wir machen keinen Unterschied zwischen einem dieser Gesandten Und sie sagen Wir hören und gehorchen Deine Vergebung unser Herr und zu dir ist die Heimkehr Und auch in dieser Ayah sehen wir sofort den Zusammenhang zwischen dem Glauben an Allah und die Engel und die Bücher und die Gesandten und zwischen der Umsetzung dessen weil sie gleich sagen die Gläubigen das eine Eigenschaft von ihnen wir hören und wir gehören das heißt wir haben verstanden und wir setzen um was du von uns verlangt hast Gufran wir bitten ihn auch um seine Vergebung da wir sofort verstehen dass die Umsetzung der Ibadah Allah gegenüber von uns schwachen Menschen niemals auf die perfekte Art und Weise geschehen kann deswegen ist es auch so wichtig dieses und dich bitten wir dabei auch um Hilfe und auch hier der Mensch oder die Gläubigen die Allah wirklich kennen sie wissen dass sie müssen umsetzen was Allah verlangt hat aber sie wissen dass sie es nicht auf die perfekte Art und Weise machen können und deswegen bitten sie Allah immer um Vergebung und das zeigt sich sehr deutlich in der Umsetzung des Propheten Muhammad er hat nach dem Salah wenn ein Gebet verrichte hat er danach gesagt Astagfirullah 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 er dreimal gesagt Oh Allah ich bitte dich um Vergebung ich bitte Allah um Vergebung ich bitte Allah um Vergebung und das ist der Prophet Muhammad und auch wenn wir die Hajj vollzogen haben oder sogar noch während der Hajj Rituale ordnet uns Allah im Koran Surat Al-Baqarah an dass wir ihn seiner gedenken sollen und dass wir ihm um Vergebung bitten sollen natürlich die sechste Säule das Iman der Iman an Al-Qadr die göttliche Vorherbestimmung die ist auch findet Erwähnung in zahlreichen Ayat in Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Karim und unter anderem in Surat Al-Qamar wo Allah Azzawajal sagte inna kulla şey in khalaq nah hu bi qadar sing gemäß übersetzt alles haben wir erschaffen mit einer Vorherbestimmung alles haben wir mit einer Vorherbestimmung erschaffen es gibt liebe Geschwister um zu Allah Azzawajal zu gelangen braucht man muss man zwei Bedingungen erfüllen erstens man braucht ein gesundes und ein lebendiges Herz die zweite Sache ist wir brauchen von Allah subhanahu wa ta'ala einen Wegweiser oder Licht durch dies durch das wir den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala erkennen können und der Beweis dafür ist die Ayah 122 in Surah Nummer 6 Al-An'am Allah Azzawajal sagte und dem sie ein Licht gegeben haben womit er unter den Menschen geht ist dieser wie einer dessen Gleichnis das jemand ist der sich in Finsternissen befindet aus denen er nicht herauskommt so so ist den Ungläubigen ausgeschmückt was sie zu tun pflegten diese sechs Iman Inhalte liebe Geschwister sie sind wie miteinander verknüpft es ist unvorstellbar dass man an einen Teil dieses Imans glaubt und die anderen nicht umsetzt das ist unvorstellbar deswegen kann es nicht sein dass ein gläubiger Mensch an Allah glaubt aber unseren Propheten Muhammad leugnet und daraus ergibt sich sobald man einen dieser sechs Säulen des Iman ablehnt hat man automatisch alle sechs abgelehnt sobald man ungläubig einem dieser Säulen gegenüber ist ist man allen anderen gegenüber ebenfalls ungläubig und Inshallah haben wir jetzt auch langsam verstanden warum denn der Iman ist eben nicht nur eine Glaubenssache und deswegen wenn man einen Teil davon geleugnet hat dann kann es wie soll man den anderen Teil umgesetzt haben das eine ist mit dem anderen verknüpft denn es kann sein dass eine Person glaubt an Gott und dass sie glaubt an ein Leben nach dem Tod aber sie sagt ich glaube nicht an den Propheten Muhammad dann sagen wir wenn es eine reine Glaubenssache es kann sein das stimmt dass er glaubt aber er glaubt nicht auf die Art und Weise wie der Islam es eben vorgeschrieben hat und deswegen ergibt sich aus dem Unglauben einem Teil gegenüber dem Unglauben an die anderen anderen ebenfalls und Allah sagte im Koran Al-Karim denn wir haben vorhin die Eier gelesen wir machen keinen Unterschied zwischen irgendeinem seiner Gesandten was ist damit gemeint gemeint ist dass man an manche von ihnen glaubt und andere leugnet sobald man an manche glaubt und andere leugnet hat man alle abgelehnt denn die Gesandten sind wie eine die Gesandten sind vielleicht vorstellbar wie alle Gesandten da sie mit der gleichen Botschaft entsandt sind sie vorstellbar wie ein einziger Gesandter und man kann nicht an einen Teil von ihm glauben und einen anderen Teil verwerfen und deswegen sagte Allah in Surat An-Nisa dass diejenigen Menschen die an manche der Gesandten glauben und an andere nicht glauben Allah sagte Ulaika Das sind die Kafirun das ist der Plural von Kafir aber Hakka ist nochmal eine Betonung Hakka heißt wahr das heißt das sind die wahrhaftigen ungläubigen Menschen die einen Teil der Botschaft annehmen und einen Teil verwerfen ich bitte Allah subhanahu ta'ala dass er uns in den nächsten Tagen die Kraft gibt diese Akide die Allah uns offenbart hat unser Prophet auf die authentische Art und Weise darzustellen und wenn ich etwas falsches sage so ist der Fehler liegt er in mir und der Fehler liegt nicht in der Akide die Allah uns im Koran gelehrt hat oder der Prophet Mohammed in seine Sunnah möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segen für eure Anwesenheit وصل Allah على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا